Ja, da ist Platz jetzt! Ferry! Ja, da haben wir nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration! Da geht er vorbei! Schuss! Da, da und doch! Der ganze Menge gefehlt! Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Das könnte die Chance werden! Macht er das Tor! Der Führungstreffer in dieser Partie! Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor! Jetzt die Flanke! Kein guter Roling! Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt es! Jetzt wird's gefährlich! Der Führungstreffer! Ja! Da schießt er! Und der Ball geht deutlich drüber! In die Ecke kommt! Ne, kein guter Kopfball! Warum ist ehrlich klar? Na, da hat einiges gefehlt! Jetzt schießt er! Jetzt schießt er! Kein Tor! Unglaublich! Die Riesenchance zum Ausgleich! So was darf man nicht liegen lassen! Und jetzt die Chance! Das ist ja mal so klein! Also ist er das einiges gefehlt! Wie ist die Chance? Das ist einiges gefehlt! Das ist ja mal so klein! Und jetzt geht's!